Ja, ich habe mal wieder einen Kaufrausch gehabt und muss jetzt in die Kauf-Entzugsklinik. Entzugsklinik. Habe ich doch gesagt. Du hast irgendwie Inzug drauf. Was? Inzug? Bist du bescheuert? In die Entzugsklinik. So, ja, wir fangen hier jetzt an. Ich weiß nicht, was da... Scheiß drauf. Was da drin steckt. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, was wir jetzt hier auspacken. Und der Dram weiß es erst recht nicht. Dram, was haben wir hier? Was glaubst du? Ich weiß es nicht. Was soll man das sagen? Ein WLAN-Stick für den Fernseher. Ah, okay. Von Samsung, 40 Euro. Plus einmal Kaspersky. Das sind übrigens unsere Partner Kaspersky Labs GmbH. Und ich bin Rudi Zerne. Nee, ich habe heute wieder sehr, sehr gute Laune. Und ja, hier eine Jahres-Edition 2016, Premium-Schutz für ihren PC. War im Angebot durch den Amazon Prime Tag, also dieser Black Friday, genau, durch diese Black Friday Woche. Hier haben wir jetzt so einen Samsung-Stick. Den steckt man dann praktisch in den Fernseher. Das werden wir dann auch noch testen. Das brauchst du bei deinem neuen Fernseher nicht testen. Wieso? Weil der schon weder einen hat, der wird das nicht... Auch nicht schlecht. Egal. Dann ist er halt... Also im Endeffekt, ich werde hier einen Fernseher als PC-Bildschirm heute haben. Und unten im Wohnzimmer haben wir auch noch einen Fernseher. Und das verbinde ich eben mit so einem langen LAN-Kabel. Und das ist viel zu umständlich. Deswegen habe ich mich hier für so einen Stick entschieden. Der war eigentlich ziemlich teuer, 40 Euro. Dieser Preis ist ziemlich konstant. Ist gerade kein Schnäppchen. Aber gut, ne? So ist das halt. Was ist denn schon billig, ne? Im Prinzip nichts. Hier haben wir ein Kabel. Hier haben wir USB 2.0. Das wird kommen dann in den Fernseher. Hier haben wir noch irgendwie einen Klettverschluss dran. Hochinteressant. Ich weiß gar nicht, wieso. Das kann ich ja nicht auch. Ja, ich auch nicht. Ja. Ich nicht. Dann haben wir hier... Ach, dafür. Ach, dafür. Das kannst du bestimmt an deinen Fernseher hinmachen, da kannst du so hinklegen. Bestimmt, ja. Dass das Kabel nicht irgendwie so in der Luft rumhängt. Ja, genau. Wieso? So steht ja auch, wieso das Ding 40 Euro kostet. Special. Special Edition. Limitiert. Ja, hier haben wir so eine Schutzfolie. Die machen wir natürlich auch ab. Aber dass das mit so einem Kabel ist, das hätte ich ja niemals gedacht. Dieser Stick ist wirklich ziemlich leicht. Man meint, der sei hohe von innen drin. Der wiegt nicht viel. Ach, ist das jetzt hier so eine Verlängerung oder wie? Genau, ja. Ah ja. Dann haben wir hier praktisch so eine USB-Verlängerung. Das hier kommt in den Fernseher rein. Kannst du vielleicht, wenn du den Stick direkt in den Fernseher einstecken könntest, willst oder so, dann kannst du das, so ein USB-Verlängerungskabel kann man immer brauchen. Genau, das stimmt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt, so ein USB-Verlängerungskabel. Wusste ich nicht. Ist neu für mich. Ja, dann hast du schon wieder was gelernt. Ja, so sieht es aus. Also Leute, kauft Samsung. Übrigens, diese Videos sind nicht gesponsert. Genau. Ansonsten würden wir das Ganze im Video vermerken. Ja, viel mehr gibt es dazu. Ist eigentlich nicht zu sagen. Das ist alles chinesisch. Chinesisch? Ja, da kann man noch sagen. Was kann man sagen? Kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, ne? Hier sehen wir noch den Lieferumfang. Espanol. Das Kabel ist 50 Zent... 500 Millimeter. Das kann noch weiter. 50 Zentimeter. 500 Millimeter dicker, oder? Nein, lang. Natürlich. Ach so, ja. Hier, so. Ja, genau. Genau. Da haben wir praktisch die Anleitung. Das Ding ist Wi-Fi unterstützt und... 2,4 und... 2,4 und 5 Gigahertz. Genau. Ja, genau. Und mehr kann man da eigentlich nicht dazu sagen. Bringt auch nichts, ist hier um den heißen Brei rumzureden. Kurz und knackig. Aber zackig. Aber zackig. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.